Es ist mir eine Freude, hier bei Ihnen zu sein. Vielleicht sollte ich sagen, es ist mir eine Freude, endlich hier zu sein. Denn Sie sind die neue Generation, die das Europa von morgen errichten wird. Ich zähle auf Sie, genauso wie Sie auch auf mich zählen können. Ich zähle auf Sie, nicht der Versuchung, der Spaltung und der Hegemonie zu erliegen, sondern sich für Freundschaft und Zusammenarbeit zu entscheiden. Europa, das ist unsere Zukunft. Europa, das ist das große Versprechen von Frieden im Inneren und das ist das Versprechen von Wohlstand. Aber ob wir das halten können, ob wir das wirklich hinbekommen, das liegt an uns, das liegt an Euch. Und Ihr seid die Generation, die beweisen muss, dass man keine schrecklichen Erfahrungen braucht, um klug zu handeln, um für Demokratie einzutreten, um für Europa einzutreten. Sondern Ihr wisst es, Ihr lebt es, Ihr gestaltet dieses Europa nach vorn. Auf Euch kommt es an. Wenn Europa eine Zukunft hat, wenn die Demokratie eine Zukunft haben soll, dann werdet Ihr es machen. Und wenn ich Euch so sehe, habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass die sächsische Jugend genau das tun wird. Und das macht uns super stolz. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vive l'amitié franco-allemande. Es lebe Europa. Vive l'Europa. Und das macht uns super stolz.